einen schönen guten tag in diesem video erkläre ich dir das thema integrale und zwar zunächst mal die schreibweise und die idee nochmal das genaue ausrechnen gibt es dann ein video später und worum geht es es geht um flächeninhalte unter funktionsgrafen wofür man das braucht habe ich dem letzten video erklärt heute ja gehen wir schon ein bisschen richtung ja noch nicht richtung berechnen habe ich ja gesagt aber zunächst mal die schreibweise wir wollen den flächeninhalt im bereich 0 bis 3 in diesem intervall unter diesem funktionsgrafen berechnen und das können wir noch nicht die idee ist das ganze etwas zu vereinfachen das habe ich hier unten schon mal vorbereitet indem man sagt gut solche rechtecke die können wir berechnen und dann können wir das ja auch so als drei rechtecke darstellen das ist dann zwar nicht genau der flächeninhalt unter der kurve aber kommt schon ganz gut hin und vor allem kommt es immer besser hin je kleiner wir diese intervalle hier machen auf der x-achse also hier mit ganz vielen kleinen rechtecken sind wir schon genauer dran und wir könnten das ja noch noch viel viel kleiner machen um dann einen genauen wert zu erhalten was wir dann letztendlich ausrechnen ist die summe all dieser flächeninhalte und dafür gibt es eine schreibweise die geht auf den mathematiker gottfried wilhelm leibniz zurück nachdem übrigens auch der leibniz keks genannt ist ich habe das gerade noch mal nachgegoogelt hier kurz in den browser gehen leibniz keks von der firma bahlsen die eben auch in hannover ansässig waren genau wie der mathematiker gottfried wilhelm leibniz hier sehen wir noch mal soll es keine schleichwerbung sein aber es war ja früher öfter so dass man auch solche süßigkeiten nach berühmten persönlichkeiten benannt hat du kennst die mozart kugeln vielleicht oder hier eben der leibniz keks anscheinend hatte dann sogar später mal die firma bahlsen und die uni leibniz in hannover einen rechtsstreit wer die webseite leibnizshop.de haben darf wir bleiben jetzt aber bei der mathematik und gehen auf diese schreibweise von leibniz zurück die er erfunden hat für die summe dieser flächeninhalte für das wort summe beginnt ja mit einem s machst du so ein lang gestrecktes s ja und das ist das integral zeichen was du vielleicht schon mal irgendwo gesehen hast aber wie gesagt es soll ein langes s für summe sein wir schreiben drüber von wo bis wo also im bereich null bis drei die null schreibst du drunter die drei oben drüber dann unter welcher funktion unter der funktion f von x jetzt habe ich das so ein bisschen hoch gemacht eigentlich macht man das so dass es ja ja null bis drei f von x und dann hat er sich noch gedacht ja gut die idee ist ja dass man diese flächeninhalte immer kleiner macht also hier auf der x-achse werden diese abstände immer kleiner und solche abstände nennt man ja auch differenzen ja und die differenzen auf der x-achse die unendlich klein werden das hat er noch mit dx einfach dahinter geschrieben dass hier ja damit hier diese idee nochmal durchkommt so ist also der ausdruck für diesen flächeninhalt und wie man das genau ausrechnet darum soll es dann im nächsten video gehen wir haben natürlich nicht immer die grenzen von null bis drei wir können ganz allgemein schreiben das integral von a bis b irgendwelche grenzen stehen dann da immer unter der funktion oder unter dem funktionsgrafen der funktion f von x und das dx kommt einfach immer dahinter wie gesagt integrale ausrechnen machen wir hier noch nicht aber ich zeige dir so eine methode um ja so ein bisschen ungenauen integral schon mal abzuschätzen manchmal kommt man damit auch auf die genauen werte brauchen hier mal kurz ein koordinatensystem also x-achse y-achse und jetzt sagen wir mal 1 2 3 4 das reicht aus und wir hätten die funktion f von x gleich x wie sieht da noch mal der graf aus ich hoffe das geht freihand einigermaßen glaube ich kann es noch glätten ja er geht hier durch ich mache es noch mal etwas schöner muss mich hier noch an diese software ein bisschen gewöhnen weil ich gerade gewechselt habe genau hier sehen wir den funktionsgrafen f von x von x gleich x und jetzt sagen wir mal wir wollen das integral schreibt es mal hier drunter das integral im bereich minus 1 bis 4 von dieser funktion berechnen minus 1 wäre hier wir wollen also von hier die flächeninhalte bis zur 4 und ja stichwort orientierter flächeninhalt wurde im letzten video auch schon angesprochen diesen ersten flächeninhalte ich nenne mal a1 also diesen hier den ziehen wir nachher ab also unter der x-achse ziehen wir ab und den können wir jetzt ja wir wissen hier 1 x 1 also mit kästchen sind es zwei aber also vier kleine kästchen sind ein quadratzentimeter wenn du es in zentimetern zeichnest deswegen haben wir hier einen flächeninhalt von 0,5 ich sage jetzt mal 0,5 flächeneinheiten weil wir hier noch nicht wirklich in zentimetern sind und hier der flächeninhalt a2 da haben wir jetzt mal so ein wir haben ein großes kästchen noch ein großes noch 1 noch 1 noch 1 noch 1 1 2 3 4 5 6 große kästchen noch 2 halbe 7 noch mal 2 halbe 8 also haben wir einen flächeninhalt von 8 flächeneinheiten und jetzt können wir sagen gut insgesamt rechnen wir minus diese 0,5 plus die 8 das sind dann 7,5 flächeneinheiten also der wert dieses integrals beträgt 7,5 um das noch ein bisschen zu üben und zu kontrollieren ob du es auch wirklich verstanden hast sind hier noch die lernfragen 9mi 10m 10m 11m 13m 14 Untertitelung des ZDF, 2020